Leben als Journalist immer wieder mit Studien konfrontiert wird, der kriegt ein sehr gutes Gespür und einen sehr guten Blick für die Validität und die Wertigkeit einer Studie. Denn nicht alles, was den Anspruch, den Titel einer Studie trägt, ist das Papierwert, auf dem es gedruckt ist. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Genau genommen gebe ich euch an dieser Stelle traditionell das Wort. Es geht um unsere Habitat Jukebox. Genau, das ist das Wunschkonzert. Ihr wünscht euch ein Thema. Genau genommen könnt ihr euch eins aus vier Themen, die wir in einer Shortlist zusammengefasst haben, aussuchen und jeweils am Wochenende machen wir dann daraus einen Beitrag. Mein Name ist Chris und wenn ihr neu hier seid, dann lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr jede Woche nicht nur, was uns interessiert, sondern einmal macht ihr sogar Programm. Nämlich genau jetzt hier bei der Auswahl aus unserer Shortlist oder beim Nennen eines Themas, das ihr uns in die Kommentare schreibt, sodass wir ein bisschen näher an eurem Geschmack sind und uns herantesten, welche Themen bei euch wirklich auf Gehör stoßen. Dazu eine Bitte. Stimmt für die vier Themen ab. Sollte euch was anderes auf dem Herzen liegen? Möchtet ihr eine Sache beleuchtet wissen? Habt ihr zu irgendetwas eine Frage? Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr solltet mittlerweile wissen, wir lesen jeden Kommentar und wir nehmen es dann auch auf und überlegen uns, ob das ein Thema ist. Wenn es eins ist, taucht es demnächst in der Shortlist auf oder wird von uns direkt verarbeitet. Kommen wir zu den vier Themen, die diese Woche zur Auswahl stehen. Thema Nummer eins ist ausgelöst worden von einer Pressenachricht von einem tödlichen Verkehrsunfall auf einer deutschen Autobahn. Da passierte folgendes. Anstatt hier Hilfe zu leisten, standen einige Gaffer drumherum mit Handy und streamten live auf TikTok. Ja, so eklig und moralisch verwerflich sich das schon anhört, das ist nicht nur eine moralische Komponente, das hat auch eine strafrechtliche Komponente, denn unterlassene Hilfeleistung ist ein ziemlich heftiger Straftatbestand. Mit Gaffern haben wir es schon öfter zu tun gehabt und schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich kann mich noch erinnern, in frühen Jahren, als ich habe es gehört, beim damals noch vorhandenen SWF, beim Südwestfunk, da hieß es dann immer Stau auf der Gegenfahrbahn durch Gaffer. Ja, und dieses Gaffen war früher nur ein Privatvergnügen, heute versucht man damit seine Follower zu unterhalten. Das ist an Perversion kaum zu überbieten. Das wäre das erste Thema. Da geht es mir aber gar nicht so um die Gaffer als solches, sondern um horizontale Berichterstattung. Was ist mit horizontaler Berichterstattung gemeint? Na, das ist das, was L. Musk, Mr. X, Mr. Vormals Twitter, als Citizen Journalism bezeichnet. Was er sich vorstellt ist, dass jeder so mit dem Handy bewaffnet durch die Gegend läuft und zeigt, was er wahrnimmt und es zur Verfügung stellt und wir sozusagen diesen Crowdjournalism haben. Mensch, das ist schon wieder ein Angelizismus. Jeder darf senden und damit wird eine Fülle an Informationen dem Markt zur Verfügung gestellt und ähnlich wie bei Wikipedia geht er davon aus, dass sich der Wahrheitsgehalt über die Menge reguliert, dass also falsche Sachen von alleine kontrolliert und geregelt werden. Ich halte das für fragwürdig, würde das aber gerne mit euch diskutieren und näher beleuchten. Also der ganze Bereich, wir stellen Content zur Verfügung und zwar nicht nur im Unterhaltungsbereich, also nicht wir, sondern der Bürger, der mündige Bürger wird zum Sender und zum Konsument in gleicher Art und Weise. Mehr Sender, mehr Information, mehr Wahrheit wäre die Vision von Elon Musk. Unser erstes Thema liegt im Augenblick übrigens bei 20% der Stimmen, die bereits abgegeben wurden. Als zweites schicken wir ins Rennen in unserer Shortlist ein meiner Meinung nach sehr interessantes Thema, was jetzt gerade hier bei uns in der Abfrage unterbewertet ist, aber auch im allgemeinen Leben, denn es ist auch ein journalistisches Schlagwort und ihr stellt fest, die Shortliste dieses Wochenende beschäftigt sich wirklich mit Journalismus at its best, wirklich so die Grundlagen, damit man mal mitreden kann, wenn Begriffe fallen. Thema Nummer zwei ist Populär versus Populismus. Das sind zwei Begriffe, die man trennen lernen muss. Populär leitet sich ab von das Volk und eigentlich ist es was Gutes, denn wir kennen das auch alle aus dem Begriff der Popmusik oder von populären Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, die auf ein breites Wohlwollen, eine breite Zustimmung treffen. Aber ein anderer Begriff, gerade dann, wenn eine Idee oder eine Anregung oder eine Aussage aus dem politischen gegnerischen Lager kommt, wird sehr schnell als populistisch bezeichnet und das ist ein Begriff, der ganz gerne aus der linken Ecke benutzt wird, um zu sagen, dass da war rechtspopulistisch oder die Rechtspopulisten. Ich würde mir mit euch mal ganz gerne gemeinsam anschauen, ist das nur ein Kampfbegriff aus der Rhetorik oder wo kann man hier eine Grenze ziehen und sind manche Entscheidungen, die aktuell in der Regierung getroffen werden, nicht auch geradezu populistisch? Ich sage da nur Migrationspolitik, wo unsere aktuelle Ampelregierung eine fulminante 180-Grad-Wende hingelegt hat und sich davon offensichtlich etwas verspricht. Oder ist das nur eine Lernkurve? Das Thema hat bei euch bis dato nur 9% der abgegebenen Stimmen bekommen. Ich halte es für wertvoller, aber es ist nur meine Meinung, entscheidet es selber. Thema Nummer 3 ist ebenfalls ein ganz, ganz spannendes, weil es gibt gerade im Bereich der öffentlichen Diskussion unter Privatleuten, also im Bereich der Foren und Gruppen in den sozialen Netzen oder bei Twitter oder wo auch immer, wenn einem der eigene Horizont nicht mehr reicht oder die Schlagkraft der eigenen Argumente etwas schwach erscheint, greift man sehr schnell auf Studien zurück. Studien und Zitate sind so das Maß der Dinge, da wird die Keule ausgepackt und das sind vermeintliche Superargumente. Wenn jemand jemanden zitiert, der mächtig ist, ob das aus der Vergangenheit Konfuzius oder der Dalai Lama ist, dann geht es mehr in diesem Bereich Weisheit. Sind es Wissenschaftler, wird es direkt fundiert. Oh ja, wer einen Wissenschaftler zitiert, gilt als nahezu unschlagbar. Das ist so, als wenn man früher im Quartett den Wankelmotor gehabt hat. Da geht nichts drüber. Damit hat man ein Alleinstellungsmerkmal. Genau in dem Zusammenhang spielen Studien eine ganz, ganz große Rolle. Nun ist es so, wer sich während seines Studiums mit Studien beschäftigt hat oder wie ich in seinem langen, langen Berufsleben als Journalist immer wieder mit Studien konfrontiert wird, der kriegt ein sehr gutes Gespür und einen sehr guten Blick für die Validität und die Wertigkeit einer Studie. Denn nicht alles, was den Anspruch, den Titel einer Studie trägt, ist das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Auch da möchte ich mit euch gerne drüber reden. Das wäre mein drittes Thema. Studien, wie viel sind sie wert? Wie kann man sie frisieren? Worauf solltet ihr achten, wenn euch jemand in einer Diskussion eine Studie serviert oder aber ein Journalist euch während eines Artikels mit einer Studie konfrontiert? Wie checkt man da, ob die wirklich valide ist? Und Thema Nummer 4, um das abzurunden, steht euch diese Woche auch zur Wahl und ist im Moment mit 49% aller Stimmen fast im Genuss der absoluten Mehrheit. Das ist unser Beitrag zum Thema Medien und Hofberichterstattung. Und da geht es größtenteils um die öffentlich-rechtlichen Medien, die hier das Gro ausmachen, aber auch sehr viele Medien, die sich nicht in der Hand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befinden, neigen dazu, in den letzten Jahren mehr und mehr Hofberichterstattung zu betreiben und damit genau das Gegenteil von dem zu tun, wofür sie einst eigentlich gelobt wurden. Man hat nicht ohne Grund über viele Jahre gesagt, dass die Medien die vierte Macht im Staate sind und damit hat man gemeint eine Kontrollinstanz, dass die Medien überwachen, was in der Politik getan wird und sich kritisch zu den gestaltenden und führenden Persönlichkeiten in der Politik äußern. Was derzeit aber passiert, ist genau das Gegenteil. Das sind Steigbügelhalter, das sind moralische Instanzen, die uns erziehen wollen, die uns prägen wollen, die uns die Richtung vorgeben wollen, in die wir denken und auch später uns artikulieren, also äußern sollen. Ein ganz, ganz spannendes Feld, ein Minenfeld, zweifelsohne. Und ich denke, mit 49% der bisher abgegebenen Stimmen zeigt ihr auch ganz klar, dass es euch interessiert. Diese vier Themen stehen also diese Woche zur Wahl. Wir möchten euch Zeit geben bis Samstagmittag 12 Uhr, also jetzt noch wirklich 24 Stunden, um eure Wahl zu treffen. Einfach nur ein Klick und gut. Und wie gesagt, wenn euch ein anderes Thema auf den Nägeln brennt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Vielen Dank. Dann sehen wir uns am Wochenende zur aktuellen Jukebox Nummer 8. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergess nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt. So, wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.